So, wenn ihr mich sehen könnt, schreibt mal bitte alle ein Plus. Wenn ihr mich nicht sehen könnt... Ne, das wär doof, okay. Sollen wir erst mal Gomme gehen? Gomme? Boah, Gomme ist voll krass. Aber zum Glück können wir da rauf. Oh, Moment, ich muss mal oben den Titel ändern. Loll, Rofelkopter spielt Minecraft. Minecraft PvP. Wir sind keine Freunde mehr. Sind wir nicht? Ne. Inklusive Karscrafter... Gibt's mit oben da rauf. Mönn, Sammler 1 hat abonniert. Dankeschön. So früh schon? Ja, krass. Oh, du kannst jetzt unglaubliche Twitch-Emots benutzen. Inklusive Karscrafter. Ja, das war's eigentlich. Äh, Gea meinte dahinter doch. Und alle schreiben Bing, hoffe ich. Ich seh grad den Chat nicht, aber ich hoffe mal. Ich glaube an euch, dass ihr alle Bing schreibt. So, da seid ihr. Genau, der Mann ist pünktlich. Und hallo an alle Subs. Wo wir grad bei den Subs sind. Ich hatte ja was versprochen, ne? Ja. Quasi, dass wir den Subserver heute auseinandernehmen und uns den mal angucken, eröffnen und dass quasi alle Leute draufkommen. Aha. So weit war's geplant. Weil letztes Mal hat ja mein Minecraft nicht funktioniert. Also, die sind jetzt.